ein wunderschön hier und doch zusammen oder mit der nante grise schloss der wir haben ein neues unboxing für euch ja das ist sehr schön eingepackt die gucken wir mal kleines süßes niedliches schnuckeliges ding ist eine fernbedienung alle möglichen messer deutschland fernbedienung könnte ich demnächst wenn ich im keller bin das ist wenn man kein kameramann hat ja damals nicht der gerät wollte hat man ein bisschen zu zeigen man kann über die fernbedienung wenn man das jetzt halbwegs sehen kann man kann das auch über musik steuern musik musik das ist dann glaubt takt der musik oder so was oder er hat das mikrofon aber das weiß ich schätze nicht so das funktioniert natürlich alles hier das hat man hat hier die tasten auf der autobahn a4 hier aber wieder blau mit grün das grün und rot das sieht aus wie blau jetzt aber das ist halt grün jetzt mal blühen jetzt a7 ist dann da wechselt das was ich glaube da steht schon auf schnell schneller geht nicht so jetzt bin ich auf langsam auf minus steht ja fast also sehr langsam nur damit es vielleicht nicht einmal auf den sack geht doch darauf dann so aber ja ich denke mal das werde ich mir in keller packen weil ich auch da die nebelmaschine aber mit dem led dabei also party im keller ja ich sag ich die so und ist das hier ja wechselt das hat das ist und aus aus die maus jawohl freunde pflicht und einfach schon bei megle bei amazon das war's fürs unboxing wenn ihr was wissen wollt einfach in die kommentare finde ich auch gut also bis denn bis zum nächsten haussee tschüss